Und? Hast du etwas gefunden? Ja. Oh. Natürlich. Ich habe davon gehört. Die Armen. Dieser Mistkerl muss sie überrascht haben. Lass uns einen Blick in die Mine werfen, Zahira. So lange wird unsere Expedition in das Schloss warten müssen. Gut. Vergeltung. Gart mal. Welche, welche, welche. Steht gar nicht. Welche Schwierigkeit das Ding hat. Wo willst du hin, Zahira? Das ist nicht der Weg. Beeil dich einfach. Ich warte hier so. Ach ja. Ich dachte, wir wollten... ...in die Mine. Ja. Komm mal. Das ist immerhin... ...etwas. Hey. Hey. Ja, natürlich. Feuer und Feuer. Geht nicht so gut gegeneinander. Hey. Böse. Da kommt noch einer. Feuersalze. Feuersalze. So. Kuh. Gleich ist in der Funke. Geil. Hier gibt es Gold. Erstmal Gold abbauen. Braucht ja nichts anderes, ne? Ja, komm schon. Wunderschön. So. Natürlich, hier sind wir hergekommen. Gut, gut. Das ist nicht so geil. Oh. So. Wege Salze. Der gehört auch nicht zu ihm. Das ist jetzt schlecht. Ja. Hätte vorher dran denken müssen. Sich vielleicht ein bisschen... Äh, weg, 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 weg. Das konsumuliert immer so schön. Assassinenhahn ist der verborgen. Was ist denn das für ein schickes Teil? Er ist nicht verbessert, aber schleichend ist 17% effektiver. Mein lieber Mann. Jetzt abbauen. Ah, guck mal, da unten ist noch so eine kleine Truhe. Die sollte ich auch gleich mal mitnehmen. So, komm. Gib mir das Erz. Gut, gut. Hier gibt's auch noch Schattenstahl. Oh, das ist... Oh, das ist... Also, diese Mine ist ertragreich, muss ich sagen. Und zwar ganz schön ertragreich. Und zwar ganz schön ertragreich. So. Wunderschön. Was ist das mit der Truhe? Was ist das mit der Truhe? Muckschatulle leer. Eure Fähigkeiten reichen nicht auf, um zu öffnen. Ha, geil. So. Oh. Nein, ich möchte da... Lass mich doch einfach... Da drinnen reingucken. Das funktioniert aber nicht. Okay. Gut, gut. Ab. Salirer. Einmal mein Feuerelementar. So. Gleich ist eine Funke. Meditation. Feinde, mach dich bereit. Wow. Wow. Entor... Warte mal. Sionik... Hab ich nicht. Entorpiegel. Äh... Okay. So, wochener Sehenstein... Und Schuhe. Morgenluftfang. Alios hat mir bei der Vorbereitung für die Prüfung geholfen. Aha. Deshalb war die da so erpicht darauf, dass wir hier... Gold bauen. Wind, Schwert des Flammenzorns, Zauberkorps. Wiederbeleben, Bank 1. Hat er nicht verdient. Wir müssen dem Großmeister von dem hier erzählen, wenn wir das Schloss von Dalgala durchsucht haben. Oh ja. Aber vorher... ...brauchen wir natürlich noch Mondsteineherzen. Wir tragen zu viel. Wir können nicht mehr laufen. Haben wir hier irgendwas nach... Na, komm, gib mal mal nach Gewicht. Das Ding kann ich wegwerfen. Das Ding kann ich wegwerfen. Den Jagdbogen kann ich wegwerfen. Das Filberschwert kann ich wegwerfen. Und das Stahlschwert kann ich wegwerfen. Was haben wir denn noch hier so Schönes? Oh. Objekte? Was ist denn das für schickes Zeug? Stiefel des Tribunals. Z-Gegenstand. Ja. Hände des Tribunals. Wo ist das Zeug? Ja. Achtzehn. Z-Gegenstand. Erhöht Mana um 15 Punkte. Lichtmagie kostet... Ja. Entschuldungstürme. Mhm. Zack. Maske des Gefallenen. Blockt 18 mit Schild. Einhandkümpfe verursachen mehr Schaden. Festigt eure Lebensenergie um 10 Punkte. Okay. Brauchen wir nicht. Aber. Wir haben hier noch eine Tour. Und haben noch so ein bisschen was an Stärkung. Unsichtbarkeit zu trinken können. Und das war es hier, oder? Das zieht nach einem ganz einfachen Schaden an. Jo. Ja. Einmal. Uh. Forstbuch. Fang 1. Expertenbuch. Verzauberung. Boah. Was es hier nicht alles gibt. Mein lieber Junge. Oh Mist. Ich hab mich verlaufen. Ja? Äh. Komm Engel. Natürlich können wir jetzt hier auch nochmal rein. Wir kriegen aber die. Ja. Wir kriegen die. Hm. Ah toll. Komm. So. Nein. 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 Das ist immer zu viel. So. Nein. Ha. Geht doch. Oh. Ein paar Groschen. Also das hat sich gelohnt hier rein zu gehen. Auf jeden Fall. Da gab es schicke Sachen. Die man gut verkaufen kann. Sehr gut verkaufen kann. Okay. Hm. Erstmal speichern. Ah. Ich bekomme auch so langsam schön warme Füße. Ich hab's nämlich schon im. Oh. Das waren alle. Ich hab mir nämlich. Blö Schneider. Es waren vielleicht alle. Aber trotzdem. Stark. Groß Ohne dass man sich irgendwie. Nordwind. Einst eine der wichtigsten Kolonien des Landes. Splitter anfing. Ja. Ähm. Am Ende ist doch alles vergänglich. Ich... Warte. Siehst du das? Was? Hm. Noch warm. Oh ja. Das heißt, jemand anderes ist vor kurzem auch hier gewesen. Vielleicht, lass uns einfach vorsichtig sein. Das Schloss ist gleich dort oben. Uff. Keine. Mach dich bereit. Das ist... Es geht los. Wow. Ist hier noch irgendwo was drinnen? Hä? Hä? Oh, doch. Die mäßige... ...Stiefel. Was ist denn das denn? Ähm... ...Mental... Element... ...Element... ...Zauberkosten. Mana erhöht. Boah, was wir jetzt alles haben an Zeug. So viel können wir nicht mal mehr tragen. Das kann man alles sehr, sehr gut verkaufen. Das ist eigentlich schon zu viel. Du bist da und wir müssen eigentlich... Na, hallo? Wo ist unser Missionsziel? Unser Missionsziel ist... Ja. Okay. Aber... ... ... ... ... ... Das war's für heute.